so und da sind wir wieder mit der dritten aufnahme zur partie effekt reihe ja und wie man sich denken kann auch meine dritte aufnahme war im arsch das heißt wir können den teil auch noch mal aber ich habe das ganze noch im kopf also gucken wir es einfach mal fix runter ist es nicht viel arbeit aber wir wollen heute ein viereckigen partikelbereichen machen also eine cache das ganze ist eine kleinigkeit aber wir wollen ja schließlich alles nichts unversucht lassen und auch in er wollen schließlich jedes mögliche etwas mal koden damit ihr auch vielleicht so ein bisschen übungen bekommt wie man mit vorschleifen etc arbeitet in dieser bereich ist verdammt schön mit vorschleifen ausgebaut weil es in diesem fall eine berechnung ist und die nehme ich mit vorschleifen vor und da basteln wir uns jetzt unseren kleinen viereckigen körper naja ich werde da gleich einmal zwei beispiele machen wo wir machen das einmal dass wir nur einmal die streben von dem partikel von dem cube haben und dann einmal noch mal den cube mit ausgefüllten seiten aber wir fangen jetzt an mit dem ausgefüllten cube weil der ein bisschen einfacher aus meiner sicht ist danach machen wir mit dem nicht ausgefüllten cube aber das sind beides kleinigkeiten so fangen wir an mit dem ausgefüllten cube dafür machen wir einfach ähm public static void create full cage ähm dann player p effekt und effekt e und äh das reicht dann schon so und ähm dann haben wir jetzt hier einmal äh tragen wir jetzt hier einfach ein ähm ähm start x gleich p punkt get location und get x und dann minus drei warum minus drei wir möchten fünfer käfig machen und dafür machen wir es mit minus drei so das ganze machen wir jetzt einmal hier nochmal kopieren wir nochmal hier rüber machen es mit x y z z hinten am ende enden wir es auch in x y z jetzt haben wir hier halt drei ähm ähm doubles die ganzen sind für uns wichtig für die berechnung so jetzt fangen wir mit dem ersten bereich ein als erstes möchten wir uns die grundplatte machen dafür machen wir uns eine kleine ähm vorschleife vor double x gleich null die setzen wir also die variabe wird an der erste sagen 0 gesetzt dann kommt sozusagen indirekt eine if-up-frage in diesem fall also x kleiner gleich 5 und danach x gleich x plus 0,5 das heißt wir setzen x 0,5 weiter so und damit haben wir schon mal die erste fortschleife der punkt ist aber wir haben hier x und y koordinate äh x und z koordinate weil wir möchten ja in beide richtungen haben wir möchten ja eine grundplatte haben deswegen machen wir darin wieder eine ähm ähm vor z schleife also double z gleich 0 z kleiner gleich 5 z gleich z plus 0,5 so und damit haben wir unsere z schleife gemacht jetzt haben wir in die x koordinate einrichtung und in die z schleife das heißt wenn wir uns jetzt hier ein käfig vorstellen also der jetzt hier so ein käfig ist ne ich hoffe man kann es erkennen dann ist das hier zum beispiel unsere x koordinate das ist unsere z koordinate dann geht der immer wenn da ein x weiter geht geht der einmal eine z Reihe und so weiter und so fort das macht der ganze aber so schnell dass wir es gar nicht mitbekommen werden und es aussieht als wäre nur eine grundplatte da so und um das ganze zu machen machen wir es hier einfach ähm und um das zu spawnen machen wir hier unten einfach rein ähm ähm naja muss das so gemacht werden so dann machen wir es hier ganz einfach machen wir einfach log.get world play effect dann log und ähm da an die ähm da setzen wir jetzt ran e weil es ja unser effekt ist und eine 1 und damit hätten wir unsere grundplatte gemacht so jetzt möchten wir das ganze noch für die mittelplatte machen dafür machen wir einfach vor double äh double y gleich 0 y kleiner gleich 5 y plus 0,5 so damit haben wir unsere Grund äh ach ja y gleich y plus 0,5 Entschuldigung äh so so damit haben wir jetzt unsere ähm schleife da rein können wir wieder das äh voraus äh den anderen part aus unserer ersten schleife rein kopieren so und jetzt müssen wir aber hier eine abfall reinbauen nämlich if y gleich 0 und und y gleich 5 weil unsere endplatte werden wir auch nochmal extra kreieren die können wir jetzt nicht über die ähm über die äh mittleren bereich machen aber warte kurz wir können es sogar über den mittleren bereich machen das ist so eine idee ich werde gleich nochmal die betrude zeigen wie wir das ganze nochmal einkürzen ich mache es jetzt einmal mit der grundplatte und der oberen platte damit das ein bisschen ordentlich ist und gleich machen wir es mit der grundplatte und der oberen platte in diesen code rein mal sehen ob ihr das versteht so dann fragen wir hier rein und drin noch ab if x gleich gleich 0 oder oder x gleich gleich 5 oder oder z gleich gleich 0 oder oder z gleich gleich 5 ähm was bewegt uns äh bewegt das ganze bis jetzt äh ja solange das hier nicht eingetragen ist nichts hier müssen wir noch plus y jetzt eintragen so jetzt ist das ganze eingetragen jetzt wird hier der mittlere bereich gemacht das heißt hier werden wir unsere seitenfenster machen und dann machen wir hier den bereich können wir nochmal kopieren den fügen wir hier ein und den machen wir mit unserem endbereich deswegen kommt hier einfach plus 5 weil wir wissen dass die endplatte plus 5 ist so das ist jetzt unsere cage generation die wird auch eindeutig funktionieren create full cage das ganze können wir mal testen mit unserem partikel listener ähm da machen wir äh hier nicht das move listener rein sondern ein weiter add event handler und machen uns so eine methode wie von unserem äh von unserer Partikel GUI dann machen wir hier public void on und dann ähm player interact event e also unser interact event wieder instanzieren das ähm ganze brauchen wir gleich nicht mehr den listener implementieren weil wir den ja schon gesetzt haben dann player p gleich e.com get player ja und ähm ich werde gleich die methode nochmal einkürzen dann haben wir es noch kürzer und noch kompakter als ich es da jetzt geschrieben habe ähm dafür ist es aber jetzt hier einmal aufgeteilt in die drei bereiche die wir äh machen beim anderen wird es also in einer vorschleife äh vorschleife drin sein ist ähm dafür kompakter aber für mich äh zu anfang glaube ich längst nicht so äh einfach zu verstehen wie ich äh wie ich es jetzt hier gleich verstehen würde aber es geht ja darum dass der code möglichst kompakt ist umso kompakter euer code umso kleiner eure jar die ihr am ende habt umso besser für eure ähm arbeit also ne das dazu hier fragen wir wieder ab if e.getAction gleich gleich action punkt right click r oder oder e.getAction gleich gleich action punkt right click block damit fragen wir wieder ab ob ähm das ein block oder ähm r ist hier fragen wir einfach ab if p.getItemInHand und getType gleich gleich material und dann machen wir fragen wir ab stick also wenn es ein stick ist wenn es ein stick ist dann ähm soll er den ganzen äh dann soll er einmal die Methode ausführen das machen wir dann einfach in particle utils und create full cache den player und hier machen wir Effekt punkt was für einen Effekt nehmen wir denn jetzt mal wir nehmen happy villager wie wir es auch schon bei unserem angenommen haben also die grünen partikel so und damit sollte das ganze jetzt schon funktionieren und wir sollten gleich mit einmal klicken auf dem stick eine schöne cache bekommen so das ganze machen wir jetzt einmal hier ist unser server sogar noch am laufen grad ich ziehe mal eben das plugin rein äh so ähm mal kurz gucken ich muss jetzt einmal eben hier auch veranderung also ich habe mehrere monitore aber dementsprechend äh seht ihr gerade nicht was ich tue so da ist es jetzt hier ziehen wir einmal in den plugins auch das rein kopieren und ersetzen klicken wir einmal auf geben wir einmal reload ein und gehen wir einmal auf den server so und schon sind wir auf dem server drauf und hier ist unser stick ich gebe mal game mode 1 und wir drücken einmal auf den stick und ihr seht eine wunderschöne käfig aus partikeln so aber wem ist wem das jetzt halt denn zu voll ist ne diese gefüllten wände und den ich recht haben möchte das werden wir gleich nochmal mit dem hf cage machen ich werde jetzt einmal eben kurz diesen cage einmal ein bisschen fixer machen also ein bisschen komprimieren das ganze werde ich jetzt einmal hier darstellen ähm relativ einfach die fragen wir ab wenn y 0 oder 5 ist und dann können wir sonst machen else und dann kann äh können wir einfach ähm in diesem fall das so machen dass wir hier ähm plus y und das einfach pasten das ganze ist jetzt verdammt kompakt dafür im vergleich zu vorher pfff weil ne es ist jetzt halt einfach wir haben jetzt zwei unsere methode uns gespart theoretisch sollte das jetzt funktionieren ich teste es trotzdem nochmal ähm ich werde jetzt nicht hier ähm am ende sagen oh äh also nicht am ende da sein dass dann so gesagt wird oh ja geht doch nicht so mit deiner methode aber ich bin mir sicher dass es genauso funktioniert ähm auch reload man sieht es funktioniert genauso es ist genau das gleiche nur dass es jetzt kompakter ist aber ähm das muss jeder selbst entscheiden aber das ist dann halt so eine nice kleine cage wenn man es haben möchte ja gut ähm ja und jetzt möchten wir das ganze auch nochmal als ähm als half cage machen das heißt wir kopieren jetzt nochmal den code hier er ist jetzt komprimiert ihr seht jetzt hier 20 zahlen code für sowas da machen wir einmal half cage und ähm dann machen wir das ganze so dass wir hier ähm einfach immer abfragen äh und und äh ne if oder oder und dann müssen wir hier rein nochmal if bereich machen und da setzen wir kopieren wir das raus ähm somit haben wir die variablen gleich gesetzt äh das ganze können wir sogar jetzt in eine zeile machen theoretisch aber ich bin grad zu faul dafür ähm ähm äh äh ähm kurz überlegen theoretisch sollte das jetzt schon funktionieren wie ich das jetzt gemacht habe ich erkläre es gleich nochmal aber ähm äh mal kurz wir müssen das einmal eben hier in der Particle Utils äh Particle Listener dann mal gleich gleich doch jetzt nochmal eben ähm if und dann blaze rod blaze rod und dann machen wir hier ein half draus ich hoffe dass das jetzt klappt aber ähm ja ähm äh was genau habe ich jetzt verändert ich frage jetzt einfach nacheinander x und y ähm äh x und z ab und dadurch ähm x 0 oder 5 sein und z 0 oder 5 das ganze wird uns dann gleich solche schönen kanten ergeben äh was genau meldet ihr ach da so dann machen wir das ganze kleiner wie ihr seht mein Hintergrund hat sich wieder verändert so gebe ich mir einmal selbst zu einem blaze rod also hier nochmal unser full cage und hier sehen wir gerade dass unser half cage noch nicht so funktioniert wie er sollte ah das ist ja nicht so dolle ähm das kriegen wir auch noch hin warum funktioniert das nicht so äh wir haben jetzt hier if y nicht gleich 0 oder nicht gleich 5 und hier fahren wir ab plus y warum meint ihr ein Fehler ähm jetzt wird es lustig äh wir packen y die ganze zeit was dazu und ähm bei unserem anderen geht das ja wir sehen ja hier ist ja die full cage da warum nimmt er hier nur die kanten wie ihr seht ne ähm das heißt nur da wo x und y ist ah ich mach mal so glaub ich hab's schon wenn das klappt dann sollte es daran äh liegen ähm ich hoffe mal dass es daran liegt und ich einfach nur daran so richtig dummen Fehler gemacht habe nämlich dass wir die ganzen ähm gleichstellen damit sollte das ganze auch wieder funktionieren dass er nur die kanten nimmt ich hab nämlich glaub ich einen Fehler gemacht ziemlich dumm sogar den erklär ich gleich nochmal ihr wisst ja dass wir gerade eben die Außenkanten gemacht haben ne und ähm deswegen brauchen wir für die Außenkanten müssen wir die alle gleichsetzen ja genau hier für die Außenkanten müssen die alle gleichgesetzt werden warum relativ einfach ähm weil wenn wir jetzt wie hier abfragen nimmt er hier nur die äußersten Kanten wo x gleich gleich 0 oder x gleich 5 und z gleich gleich 0 und z gleich gleich 5 ist das heißt es gibt nur 4 Positionen am ganzen Käfig die am Ende zusammen passen hierbei gibt es aber die ganzen Außenmöglichkeiten wo immer eine von allen 0 5 oder äh 0 oder 5 ist von den beiden Variablen und somit können wir jetzt hier einmal einen Half Cage machen der jetzt halt geleert ist oder ein Full Cage der gefüllt ist ja und das war mein Tutorial zu den ähm etwas erweiterten Partikeln die schon wie ihr seht mich selbst äh bisschen ähm durcheinander bringen aber ich denke das hat trotzdem Spaß gemacht ich hoffe euch gefällt meine Tutorial Reihe ja und ähm ich werde jetzt beim nächsten Tutorial dann ähm die Helix ansprechen also wie man eine kleine Helix ähm designt ja und ich wünsche euch dann weiterhin viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Tutorial Tschüss